Hallo, hier ist Markus Kretz. Kommunikation, mein Podcast, wird sogar gesponsert von meinem Lieblingsbier, dem besten Bier der Welt, König Pilsenau. Prost! Läuft das, Mann? Ja. So, da sind wir wieder. Kommunikation, mein kleiner Podcast, hier unten bei mir im Partykeller. Und ich habe heute einen Gast, Lekko Fanny, kann man dazu nur sagen, einen echten Champions-League-Sieger, Martin Kree, hallo. Hallo. Der hat tatsächlich 1997 wart, ne? Ja. Ja, aber da kommen wir später zu. Erstmal die obligatorische Frage, wie läuft es, was passiert? Es ist keine leichte Zeit. Ja, es ist ein abendfüllendes Thema, ne? Es ist keine, es ist eine Zeit, die vor, sagen wir mal, ja, vor Herausforderungen steckt einfach, ne? Ja. Du musst dich mit Situationen abfinden und entweder sagst du, jetzt bin ich fähig damit oder ich sehe das auch als Chance und das versuche ich zu tun, dass es auch eine Chance ist, weil immer da, wo eine Tür zugeht, geht auch irgendwo wieder einer auf. Aber ich sitze jetzt im Büro, ist gut, ich kann mich mit keinem... Es ist nicht hier das Büro, da sitze ich jetzt ganz alleine, weil auch ich musste schließen, wir machen Schulungen, also Weiterbildungen, musste ich schließen und sitze jetzt ganz alleine und mache da den ganzen Tag so vor mich hin. Im Endeffekt Sachen, die man sonst liegen hat lassen. Die man sonst, wo man sonst nicht zukommt, aber es ist interessant, wenn dann einmal das Telefon stellt, stellt das nächste Telefon auch, also ist alles beim Alten. Beim VfL, alles im grünen Bereich, kriegt er die Situation finanziell gestemmt? Puh, jetzt vom... Nein, ja, ich denke, dass es beim VfL bei uns genauso ist wie bei vielen anderen Vereinen auch, wenn wir dieses ganze Thema Geisterspiele, ja, nein, dürfen wir wieder anfangen, Fußball-Sonderrecht, ja, nein. Wenn es die Spiele bald wieder gibt, dann werden wir das hinkriegen und wenn es die Spiele längere Zeit nicht mehr gibt, dann müssen sich einige Vereine was überlegen. Ja, oder ein paar Sponsoren mal Gas geben. Ja, gut, aber Sponsoren, den kannst du ja dann, wenn keine Spiele sind, kannst du ja auch wenig liefern. Und warum soll man dann als Sponsor Geld bezahlen? Und die meisten Sponsoren haben ja selbst auch Schwierigkeiten. Das ist richtig. Ja, erstmal hier, Prost mit dem leckersten Bier auf der Welt, König Pilsner, natürlich alkoholfrei. Ich glaube, im Doppelpass sagt der Hämmer das auch immer, ne, natürlich alkoholfrei, super. So, ich werde jetzt meine obligatorische Brille wechseln und fange mit einer Rubrik schon an, die ich eigentlich erst immer später mache. Und zwar habe ich immer, ich stelle immer eine CD vor, die ich immer ganz gerne höre. Es war zum Beispiel Jochen Malzheimer dabei, einen auch in Bochumer, sehr gut. Eben war Micky Krausier, der hatte dann seine eigene CD. So, Christian Ulmen hat eine, er hat das Buch nicht geschrieben, aber hat eine sehr sympathische Sprechstimme. Spieltage, die andere Geschichte der Bundesliga, kennst du das? Nein. Es geht da eigentlich um Heinz Höher, bis, ich glaube, letztes Jahr ist er verstorben, war auch lange VfL-Trainer und auch beim MSV mal. Hinter die Kulissen geschaut, holt euch diese CD, sehr, sehr interessant. Im Moment werden CDs nicht so gut verkauft, weil es alles online gibt. Und es gibt Länder wie immer, wie ich sage, Dänemark als Beispiel, die überhaupt gar keine CDs mehr drucken oder pressen. Aber die lohnt sich wirklich. Das ist ein Hörbuch, was man sich richtig reintun kann. Und Christian Ulmen hat, wie gesagt, eine sehr beruhigende Stimme. Und Heinz Höher hat wirklich einige Auf und Abs mitgemacht. Und die werden hier dann beschrieben. Hast du ihn selber kennengelernt? Ja, ich habe ihn kennengelernt, aber nicht mehr als Trainer. Sondern er war dann bei Mannschaften Trainer, gegen die ich dann gespielt habe mit dem VfL auch. Und dann hat er aber auch irgendwann aufgehört, als ich dann noch weitergespielt habe. Ich glaube, er hatte sogar seine längste Zeit beim VfL als Trainer gehabt. War in Duisburg von 79 bis 80, also nur ein Jahr. Und ich konnte mich tatsächlich noch an die Rufe, dann höher raus, weil er relativ zügig da ging. Und wir auch dann gegen den Abstieg, wie immer, eigentlich gegen den Abstieg spielten. Außer mit Fritte Mfunkel. Und da hatten wir wirklich mal drei Jahre, da wurden wir siebter, siebter, achter mit Fritte Mfunkel. Waren sogar im Pokalentspiel 1996. Und dann hat er mal eine schlechte Zeit. Und wie es dann so ist, man schmeißt ihn raus. War auch nicht schön, was wir mit ihm bei Düsseldorf gemacht haben. Aber ist halt so. Deine Karriere fing an beim TUS WIKED. Wer kennt das nicht? Was war das für eine Liga? Puh, die Zahl gibt es glaube ich nicht. Nein, aber ganz, habe ich ja nur in der Jugend gespielt. Ja, und dann direkt zum VfL. Ja, genau. Und da fing man dann an in Kreisliga, hieß das dann. Das war überschaubar, keine weiten Auswärtsfahrten und so weiter. Ja, Kreisliga war immer ganz gut. Tatsächlich, kein Schiedsrichter da kann einer von euch verheifen. Weiß ein Vater? Das war nie abseits. Ist ja wirklich so. Ja, also man hat dann sonntags da manchmal gestanden und hat schon gedacht, oh, Schiri wird wohl nicht kommen. Und wenn einer kam, dann war es auch meistens einer, wo man dachte, der ist doch nicht gekommen. Die waren nicht alle immer sehr, sehr stark. Was mir aufgefallen ist, als Innenverteidiger hast du in Bochum in 164 Spielen 28 Tore geschossen, sehr, sehr stark als Innenverteidiger. Bei Bayer Leverkusen in 156 Spielen 22, 22 ist auch geil. Nur beim BVB in 184 Spielen nur ein Tor. Wie passiert so weit? Also es war so, dass ich in Bochum und in Leverkusen eine andere Rolle hatte. Und zwar eine Rolle, dass ich auch nach vorne gehen durfte. Ja. Während wir in Dortmund so viele Spieler hatten, die sich vorderhalb der Mittellinie getummelt haben. Haben die heute noch. Haben die. Dass uns damals, also wir waren zwei Mann in der Abwehr, wir hatten eigentlich Verbot, über die Mittellinie zu gehen. Ja. Mit wem hattest du die Innenverteidigung damals gehabt? Im Anfang war das noch mit Hutowski. Und hinterher kam ja dann, auch Bodo Schmidt war noch, im Anfang. Und im zweiten Jahr kam ja dann Giulio Cesar. Der konnte Fußball spielen, ne? Der war, der war Weltklasse. Der hätte mich, wir hatten mal beim MSV in den 70er Jahren, Case Swamborn hieß der. Der hat auch gern mal im eigenen Strafraum gefummelt. Und genau so einer war für mich, diese Ruhe. Das war unglaublich, ne? Der hat, ja, der hat eigentlich gar nichts falsch gemacht. Völlig stressfrei die Sache durchgezogen. Das Einste, was der falsch gemacht hat, nach dem Spiel hatte, der hatte Haare, ungefähr zwei Millimeter, war es eine Stunde, kein Witz, eine Stunde geföhnt nach dem Spiel. Das war das, was der gemacht hat. Aber ansonsten wirklich ein guter Jünger. Ja, er hat heute keine Komponenten mehr. Welche Zeit war denn für dich am schönsten? Also jede Zeit hat er ihre Stärken oder Schwächen. Aber du hast es am meisten erlebt beim BVB, ne? Ja, das war für mich, sag ich mal, der richtige Zeitpunkt, genau in dem Jahr zum Borussia Dortmund zu wechseln. Ja. Wir haben ja direkt im ersten Jahr sind wir Meister geworden, nach 32 Jahren. Und dann kamen ja die anderen Titel dazu. Das war sicherlich auf der einen Seite sehr eindrucksvoll. Aber ich muss sagen, ich habe eigentlich eine tolle Zeit gehabt als Fußballer. Ich bin angefangen mit dem VfL Bochum. Wir haben auch, es gab, von meinen fünf Jahren in Bochum war ich zwei Jahre vor Dortmund und vor Schalke. Ja. Also Ruppertmeister im Endeffekt. Am Ende, ich glaube auch vor Duisburg, genau. Ne, und da hat man dann auch, also da hast du eine bestimmte Form von Kameradschaft kennengelernt, weil wir ja doch dann auch in den anderen Jahren, ja, sagen wir mal, da gespielt haben, wo der MSV auch oft gewesen ist, nämlich ganz unten. Und dann lernst du doch eine Kameradschaft kennen. In Leverkusen warst du das erste Mal im Europapokal. Ja. Das war auch sehr imponierend und meinen ersten Titel im Pokalsieger. Und man muss sagen, du hast den einzigen Titel, den Leverkusen je geholt, den hast du mitgebracht. Den letzten Titel habe ich dabei, 1993, ist auch noch nicht so lange. Gegen Hertha Amateure, ne? Ja, das stimmt, aber wirklich extrem, sagen wir mal, ein gutes Endspiel gespielt. Ja, ja. Wir haben überragend, haben wir 1-0 gewonnen. Ja, es ging nur hin und her. Es ging nur hin. Ich fand trotzdem sympathisch von Hertha, sie hätten die Chance gehabt, die Profimannschaft spielen zu lassen. Ja. Ja, und haben trotzdem gesagt, die Jungs haben das gut gemacht. Und was die Profimannschaft nie geschafft hat, hat immerhin die Amateure. Das ist auch interessant. Das sind die Geschichten, die der Fußball schreibt. Aber ich sage mal, ich habe damals auch das Spiel gesehen von Bochum gegen Frankfurt. Das Endspiel war, muss ich sagen, leider für dich auf Frankfurter Seite, weil wir eben eine Fanfreundschaft haben. Aber Lajos Deteri hat da das 1-0 geschossen. Das Spiel war jetzt übersichtlich, aber war ein Knaller, der Schuss. Aber da hast du auch mitgespielt, ne? Ja, da habe ich auch mitgespielt. Da habe ich im Training vorher, weiß ich noch, ist mir ein Jugendspieler mit dem Ellbogen in die Rippen gerannt. Da habe ich zwei Rippen gebrochen gehabt und habe dann am Tag danach das Endspiel gespielt. Der Deteri hat einen Freistoß ins Tor geschossen und wir hatten eine Fünf-Mann-Mauer. Und genau in der Mitte stand Thorsten Legert und ich weiß nicht, warum er das wusste, aber auf jeden Fall vier Springen hoch, Thorsten Legert nicht da drüber, ab ins Tor 1-0, Abfahrt. Ja, das ist... Das war für uns tragisch, weil wir dann das erste Mal ein bisschen in den Blickpunkt bekommen werden. Vielleicht hätte man die Mannschaft mal zusammenhalten können, das hat es dann nicht gegeben. Ja, gut, der MSV war letztes Mal im Pokalenspiel gegen Schalke. Es waren entweder alle verletzt oder gesperrt oder die, die spielen konnten noch. Also 0-5, aber die MSV-Fans haben mich richtig gefeiert und die Schalke haben die ganze Zeit nur so ein Neuer raus. Weil der Neuer in der Saison gerade nach München gewechselt hat. Aber es war trotzdem ein sehr friedliches Wochenende, was auch nicht immer so war. Also hat schon sehr viel Spaß gemacht. Nie ein A-Länder-Spiel. Was ist passiert? Mein Gott, was sind Fragen hier? Hier wäre ich doch nie hier hingekommen. Ja, man muss sich auch mit unangenehm denken. Damals gab es noch eine B-Nationalmannschaft, da hast du ein Spiel gemacht. Da habe ich ein Spiel gemacht, genau. Und dann habe ich da auch so guten Eindruck hinterlassen, dass das dann auch das gewesen ist. Ja, A-Nationalmannschaft war... Also die Antwort hört sich dann wahrscheinlich blöd an, weil man dann so ein bisschen... Also hört sich an, wie rauszureden. Aber als Spieler von Bochum hattest du keine Chance, Nationalspieler zu haben. Keine Lobby. Keine Lobby sowieso nicht. Leverkusen war damals so ein aufsteigender Verein. Und in Dortmund war ich dann so alt, also 28, 29, da war ich dann so alt, dass keiner mehr auf mich gesetzt hätte. Und ich kann mich erinnern, ich war mit Franz Beckenbauer mal ganz früh im Sportstudio. Und dann kam auch von, ich weiß nicht, da gehört, die Frage, was ist eigentlich mit der Nationalmannschaft? Ach, der Junge hat noch so viel Zeit. Und dann ging die Zeit ins Land und keiner hat sich mehr mich erinnert. Und gerade hier Deutscher Meister 96, da sind wir immerhin Europameister geworden. Das wäre natürlich schön gewesen, mit dabei zu sein. Ja, ganz klar. Das ist auch so, dass es mich jetzt nicht freut, dass man... Weil als Fußballer zählst du nur, wenn du auch Nationalspieler warst. Aber Titel sind doch genau... Aber ich sage mal, der Sieg in München gegen Turin war schon... Das ist das Highlight schlechthin. Ich glaube, in den Ricken haben sie zwei Wochen nicht eingefangen, ne? Ja, der Lars hatte damals so eine Phase, das war der Höhepunkt sicher, aber er hat auch vorher auch schon ein paar Tore geschossen. Und das war ganz lustig, das war so, dass der, selbst wenn er sich vom Tor weggedreht hätte und hätte nach vorne zur Mittellinie geschossen, wäre er auch irgendwie reingegangen. Der ist jeder Schuss irgendwie abgefälscht rein. Kam gerade rein, er ist als Einwechselspieler, ja genau. Also wenn er von Anfang gespielt hätte, hätte er das Tor nicht gemacht. Weil er hat gesehen, dass der gegnerische Torwart immer weit vorm Tor stand und dann hat er wohl, ah, das wird jetzt überliefert, ich habe es selbst nie gehört, weil ich habe ja gespielt... Ist wie der Zettel vom Lehmann in der... Und dann hat er gesagt, dem schieße ich gleich einen oben, dann schieße ich einen rein von Baden. Und dann hat er es gemacht. Und für uns war es wichtig, weil wir da gerade das 2-1 gekriegt hatten. Ja. Und ich habe das Spiel die Tage nochmal gesehen, in Erinnerung, also waren wir eigentlich als Mannschaft total überlegen. Ja. Das Spiel, was ich jetzt gesehen habe... Erste Halbzeit auf jeden Fall. Erste Halbzeit auf jeden Fall. Ja, aber das Spiel, was ich da auf Sky gesehen habe, muss irgendein anderes gewesen sein. Ja. Das sah nicht so aus. Also wir haben tatsächlich dreimal... Ich habe auch das Gefühl gehabt, das zweite Halbzeit ein bisschen gewackelt, aber erste Halbzeit... Ich habe letztes Mal das Endspiel nochmal gesehen, wo wir Weltmeister geworden sind in Brasilien. Ja. Das ganze aber auch 3-0 schon mal hinten liegen in Argentinien. Also da, wo er alleine auf dem Neuhaus schon zuläuft und all so was. Das kann auch anders laufen, das Spiel. Ja, aber das wird dann, umso weiter, dass es weg ist, verwischt das schon mal so ein bisschen in Erinnerung. Ja. Ja, die Engländer kennen das ja auch mit ihrem Wembley-Tor. Und da muss man ganz ehrlich sagen, dann schießt der Lampard gegen uns ja ein ganz klares Tor. Das wäre ja 2-2 gewesen bei der WM. Ich glaube, in Südafrika war das. Ja. Und das war noch niemals ausgleichende Gerechtigkeit. Der war wirklich drin. Also wenn da ein Deutscher sagt, nee, nee, das war auch knapp, dann weiß ich nicht. Aber die waren beide halt drin. Und beide halt drin. Oh, jetzt versorgen wir das hier. Der eine war nicht drin im Wembley und der andere war halt drin. Aber es ist im Moment natürlich die Zeit, wo solche Spiele gezeigt werden, weil nichts anderes läuft. Und es ist immer noch interessant, sich ein komplettes Spiel anzugucken. Also meine Freundin wird da wohl vielleicht nie verstehen, dass ich mir alte Spiele angucke. Aber ich mache das immer noch gerne. Ja, muss man schon sagen, ohne jetzt vielleicht zu, sagen wir mal, das zu sehr zu beschreien. Aber Fußball fehlt einem schon. Muss man schon klar sagen. Das ist, du untertreibst gerade. Ja. Das ist ja manchmal, also ich bin jetzt nicht um halb vier vorm Radio in Heul. Aber ich habe Kontakt zu Sven Pistor, der immerhin, ich bin ja am Wochenende immer unterwegs. Heißt, ich höre Radio. Ja. Und meistens mit Sven. Und wurde da übrigens jetzt hier geehrt als Fußball-Sachverstand. Im Endspiel gegen Peter Neurohr gewonnen. Ich habe den da oben. Ja. Aber waren auch nicht so viele Gegner ins Kampf vier. Aber es fehlt einem wirklich, ja. Und gerade wenn man dann Samstag, sag ich mal, zum Auftritt fährt und hört die Bundesliga und dann hörst du irgendwie Tor. Letztes Mal in der Bundesliga, Tor in Bochum. Und dann hat sie sich vertan. Da war wohl in Schalke, aber die hatten irgendwie über Bochum gesprochen und sie rief Tor in Bochum. Nein, Entschuldigung, auf Schalke. Ja, aber weil in Bochum so viele Tore fallen, ist das... Ja, oder sie saß halt weiter weg. Ich mag solche Versprecher. Es gibt eine CD, die heißt, es ist Genullnau-Uhr. Das sind nur solche Versprecher. Da kommen so, wie das buddhistische Standesamt, Entschuldigung, wie das statistische Bundesamt. Ich liebe so was. Warum hast du nie einen Trainerschein gemacht? Oder hast du einen? Nein, ich habe keinen. Ich habe mir das auch... Also die Frage stellst du ja als Spieler, was machst du denn nachher? Das ist ja quasi, als wenn du so auf die Niagara-Fälle zufährst. Irgendwann ist Ende mit Sport. Da sagt dir einer, bist du langsam oder irgendeiner schreibt es. Und dann sagen sie auch alle, dass du bist du langsam bist. Und dann habe ich mir überlegt, mache ich Fußball weiter. Dann habe ich ja bei meinem letzten Jahr, das lief nicht so sportlich, nicht so rund. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache jetzt was anderes. Und als Trainer musst du Entscheidungen treffen, die auch gegen Menschen gehen quasi. Du musst sagen, du spielst, du spielst nicht. Und da habe ich mir gedacht, das mache ich nicht. Und dann habe ich mich vorbereitet, habe mir eine Firma eröffnet und mache jetzt heute genau das. Also ich muss jetzt genau meine Mannschaft aufstellen, muss sagen, du bist dabei und du bist nicht dabei. Also du schulst Menschen im Bereich der PCs und so weiter, IT. Ich habe noch gelernt auf Bäckertext, weiß ich nicht, ob die das was sagen. Das war eine alte, ja, das war Origani. Früher Commodore hatte man nur zum Spielen. Aber in der Schule, ich musste auch noch Schreibmaschine lernen. ASTF, JKLÖ war die Handstellung. Und da wurde ein Blatt da drüber über die Hände, damit du nicht gucken konntest. Also ich kann auch noch Steno ein bisschen, was aber heutzutage keine Sau mehr interessiert. Das glaube ich auch. Wenn du heute sagst, ja, ich kann Steno, das ist aber klasse. Das ist aber klasse. Lass dich auch hinsetzen. Ja, dann ich habe auch Mono. Aber du machst dann erst seit einem Jahr dieses Computerunternehmen. Ich nenne es mal ein Computerunternehmen. Hört sich Gates an. Ja, ich mache noch viel Microsoft-Schulung. Aber da muss ich sagen, da stimmt deine Recherche nicht ganz. Also ich mache es seit 16 Jahren. Ah, sieh an. Also etwas länger. Ja. Aber diesen Laden hast du, also dieses Geschäft erst seit einem Jahr hast du. Oder habe ich das gerade falsch verstanden? Ja, ich hatte das schon seit 16 Jahren. Dann möchte ich mich hier entschuldigen. Ah, da unten schreibt Max aus Dorsten. Ich habe immer so einen Spieler hier unten. Max aus Dorsten. Nein, er macht das seit 16 Jahren. Ja, hat er gerade auch gesagt, Max. Wir sind immer live drauf. Da ist Max Janssen vom MSV. Den habe ich immer unten mitlaufen. Der kann dann immer... Wer sagt das? Ganz genau. Ja, ja. So, ich habe gleich ein Spiel mit dir vor. Aber es geht nicht um den härtesten Schuss. Du hattest den härtesten Schuss der Bundesliga. Meinst du, es gibt heute welche, die hat mehr? Schwer zu sagen. War das 137 oder irgendwie sowas? Nee, das war 143,9. Siehst du, und da gehen die Meinungen auseinander. Bei WRZ steht fast 130, bei Wikipedia 137 und 143. Wenn das interessant ist. Lass mal den Abend noch so weitergehen. Dann ist das wie bei Euro-Eddy. 17 Tore in einem Spiel. Nein, wenn das interessant ist, kann ich es kurz erzählen. Das war, die Bild-Zeitung hat damals, weil ich ja ungern so weite Wege gelaufen bin, habe ich immer von weit weg geschossen. Da musst du feste schießen. Da geht ja nicht ins Tor. Und dann haben die gesagt, Mensch, der schießt fester als die anderen. Lass uns das mal messen. Dann haben die das gemessen. Und dann habe ich 137 Kilometer gehabt. Und dann hat, da gab es noch eine Sendung Anfifis, die bei... Ja, mit Uli Potowski. Uli Potowski und Günter Netzer saß daneben. Und dann haben die gesagt, komm, das machen wir jetzt mal, weil das ist interessant, mal zu gucken. Dann machen wir es in der gesamten Bundesliga. Die sind zu jedem Verein gefahren. Jeder durfte dreimal schießen. Und dabei habe ich 143,9 geschossen. Und war es auch führend? Das war ganz lustig. Der Nächste hatte, glaube ich, irgendwas mit 100, also über 10 Kilometer weniger. Dann waren es immer so 0,3, 0,2 weniger. Also ganz knapp. Und zwischen dem Ersten und Zweiten war dann doch... Aber von der Oberschenkelbreite kommt es am Delzepich nicht dran, ne? Kennst du den noch? Günter Delzepich ist in Aachen, hat er gestanden. Ja, der hatte einen Oberschenkel wie ich zwei. Da habe ich ein Lokalspiel, haben wir mit Bochum gegen Aachen gespielt, hat er mitgespielt. Da habe ich dann zu meinem Abwehrkollegen Heinz Knüwe gesagt, spiel du zu dem und ich nehme den anderen. Ja, gibt es so Spieler, wo man nicht gerne gegen spielt, ne? Da hat man auch gesagt, der hat mit Medizinbällen vom 16er Torschustraining gemacht. Ja, der hatte Medizinbälle im Bein. Ihr habt, es ist ja immer mal ein Trainerwechsel. Und weil ich weiß noch, damals, ich war bei euch im Stadion eingeladen, da war der Holländer, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Verbeek. Verbeek, genau. Der ist da an dem Tag auch direkt auf die Tribüne verwiesen worden, bestimmt war ich da saß. Ich fand dann sehr sympathisch, dass ihr da oben steht, dass ihr gar keine Sitzplätze habt, sondern wirklich unterm Dach dann da oben steht. Ja, das habe ich damals mit meinem Kumpel, mit dem Christian Hochstädter, haben wir mal umgedacht, sitzen wir da. Und das ist eigentlich nicht so Fußball gucken. Und dann stellen wir uns da oben hin und du siehst das Spiel auch noch besser, als wenn der jetzt zehn Meter weiter unten sitzt. Und man kann sich mitbewegen. Und man kann sich mitbewegen, kann schon mal auch ein bisschen. Ist jetzt nicht so lang, dass man immer auf Ballhöhe war. Ja, aber du kannst dann auch schon mal mitschießen oder ein großer Flug. Ich habe Glück gebracht, 1-0 Kurzverschluss gegen 60 München. Und es war alles sehr sympathisch. Man hat sehr schön zusammen, ich habe mal Größen wie Jupp ten Hagen kennengelernt und so weiter. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also du kannst mich jederzeit wieder einladen. Gern dir wieder, ja genau. Aber bei Geisterspielen müssen wir aufpassen, weil da dürfen wir nur eine bestimmte Anzahl von Gästen dann auch. Ja. Aber ich kriege ich rein. Ich bin ja da, man sieht mich ja auch nicht. Ich bin ja lautlos. So, du kannst jetzt was gewinnen. Das ist unglaublich, wo ich selber sage, warum. Es gibt ja solche bekannten Ausdrücke wie Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Andi Möller. Aber es gibt noch viele andere Sprüche, die ich hier rausgesucht habe, nämlich genau zehn, glaube ich. Und wenn du fünf oder mehr, genau wäre auch blöd, fünf oder mehr errätst, von wem das ist, dann kannst du was gewinnen. Also ich sage selber, hui. Gibst du mir denn vier Möglichkeiten und ich kann dann noch jemand anderes? Nö, du müsstest eigentlich dich empfehlen. Ich gebe dir einen schweren vor. Ja. Und dann, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ich kann nämlich noch aussuchen, sehe ich gerade. Ja. 13, 14, heißt, ich werde dann sehen, wie du darauf reagierst und kann einfacher werden. Ja. Das ist nichts. Ich muss nur ganz einmal kurz fragen, warum ist Kostarunjajic nie Trainer geworden in Bochum? Also seitdem ich... Hast du gesehen, welchen Erfolg der in Polen hat? Ja, ja. Ja gut, du musst dich immer, du musst dich halt entscheiden und wir haben ihn auch auf der Liste gehabt. Ja. Jetzt habt ihr natürlich einen Urgestein an der Seite, ne? Ja, in Bochum immer ein Spieler, Thomas Reis, ja, ja, klar, aber du kannst ja entweder nimmst du einen jungen Aufstrebenden oder nimmst einen erfahrenen und wir hatten mit Gerd-Jan Febeek, hatten wir einen interessanten Typ auch. Auch ein bisschen knurriger, ne? So ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ein Mann mit vielen Talenten, aber der... Gegen den ist er franral zurückhaltend. Ja, aber auch alles besser kann als... Also er operiert auch besser als Ärzte und kann auch den Rasen besser säen als... Ja, so ein Mann ist wichtig, natürlich. Ja, absolut. Aber die haben die doch alle gemacht. Ja, vielleicht kann der hinterher auch die Theke noch machen. Genau. Nein, nein. Also deswegen... Er war jetzt nie so, dass er in der letzten Runde war, dass man mal verpflichtend war. Ich meine das nur so, weil ich zu ihm Kontakt habe. Nein, aber er fühlt sich sehr wohl. Ich bin an der polnischen Grenze aufgetreten und er wäre gerne gekommen. Wurde aber Mecklenburg oder Pommischau oder eher mal Trainer des Jahres. Ja. Und hatte mir sogar ein Bild gezeigt, dass ich das Jahr glaube. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Er hat es wirklich da geschafft. Aber er hat einen Absteiger, fast Absteiger übernommen. Ja. Und steht dann zu vorne mit dabei. Ich glaube, ich bin sogar Tabellenführer mit Stettin jetzt im Moment. So, pass auf. Der ist schwer. Ja. Er hat gesagt, so, jetzt alphabetisch der Größe nach Aufstellen. Es gibt Sätze, die liebe ich so sehr, dass ich es ins Programm mit aufnehmen würde. Das ist, äh, Icke Hessler? Nee, und deswegen ist es so schwer. Archie Cox hieß der Mann, war schottischer Fußballtrainer. Konnte man nicht wissen, aber der Satz war so geil. Hier steht euch mal alphabetisch der Größe nach Auf. Also, Weltklasse. Ihr beiden lauft mal rauf und hoch. Aber wäre schön, wenn es nicht leichter wäre. Ja. Ihr sechs spielt mal fünf gegen zwei. So. Es gibt einen, und ich weiß nicht, ob das Werner Biskup war, ob er gesagt hat, als im DFB-Pokal hat Offenbach in Bremen gespielt. Ich meine, der war das. Und zwar hat er gesagt, als das 6-0 für Bremen fiel, wusste ich, wir haben verloren. In Bremen gewinnt man nicht 7-6. Ich liebe sowas. Weißt du, von wem der Satz ist? Ich weiß auch nicht, wo bei uns der Wurm hängt. Ein Ex-Spieler hat gespielt in Mainz, Rot-Weiß-Essen und Rot-Weiß-Oberhausen zum Beispiel. Mit Klopp noch bei Mainz gespielt. Das sind Vereine, mit denen habe ich mich damals nicht beschäftigt. Fabrizio Heyer. Die Älteren erinnern sich. Er war eigentlich auch immer ein ganz guter Fußballer gewesen. Er war so ein bisschen so ein Zehner. Der Nächste müsste eigentlich ganz klar sein. I am a German Record Player. Also er hat gesagt, übersetzt, er wäre ein deutscher Plattenspieler. Meinte aber, er meinte wohl, dass er deutscher Rekordspieler ist. Ein deutscher Rekordspieler, das könnte vielleicht Lothar Matthäus sein. Das war Lothar Matthäus. I am a German Record Player. Juhu, da musst du doch eine eigene Sendung für kriegen, oder nicht? Das ist unglaublich. Wer hat gesagt, wir spielen am besten, wenn der Gegner nicht da ist? Das ist nicht einfach. Ja, ist nah dran. Otto Rehagel. Wir gehen da mal durch. Pass auf. Ich hoffe, dass dieses Spiel nicht mein einziges Debüt bleibt. Und dem traut man das nicht zu, der das gesagt hat. Wirklich nicht. Sebastian Deislav. Ja, hat ja er immer mal aufgehört, weil er den ganzen Druck da nicht mehr hat. Aber der Satz, der bleibt. Da kann der nichts erwachen. Den finde ich auch knüppelhart. Ich bin keiner, der beim ersten Tsunami wegrennt. Ist auch schwer, ne? Predaric. Thomas Predaric hat das gesagt. Den müsstest du eigentlich wissen. Ja. Ich glaube nicht, dass der Verein Steine in meinen Vertrag legt. Da wäre ja gut zu wissen, ob es dann am Ende auch so gekommen ist. Ja. Den kennst du. Ja, den kenn ich. Ja, der hat auch mal gesagt, ich will mehr Geld. Sie kriegen ein Drittel mehr, ich will aber ein Viertel. Ach so, ja, ja. Oder nach Ihrem Wechsel nach VfB Stuttgart, haben Sie schon Spätzle probiert? Nee, aber eigentlich mag ich Geflügel. Das ist doch Thorsten Leger. Thorsten Leger, ganz genau. Und so ein sympathischer Typ, so ein netter Kerl. Aber der hat schon Sprüche, allein mit Remscheid, das ist so klasse. Bis der Präsident gesagt hat, wir heißen Remscheid. Ja, er wurde Trainer bei Remscheid. Thorsten, da haben wir mal in der Jugend noch. Also er hat mit mir zusammen in der Jugend gespielt, in den Nachum. Und dann sind wir zum Spiel gefahren, weiß ich noch, mit Pkw. War alles ein bisschen einfacher damals. Und dann sind wir in Köln, war das. Und dann sind wir da gefahren und wir wussten jetzt nicht mehr genau. Also es waren Zeiten, das glaubt man heute auch nicht. Da gab es keinen, der einem gesagt hat, hier links, hier rechts. Da gab es noch die Bücher. Faltbares Navi. Ja, genau. Auf jeden Fall haben wir dann, wir wussten nicht mehr, wo wir sind. Und so, dann sagt Thorsten, kein Problem, ich frag mal. Dann wir rechts rangefahren, Scheibe runter, sagt er zu dem Passanten, hey, geht's hier geradeaus? Und dann hat der gesagt, ja, ja, hier geht's geradeaus. Ja, alles klar, hier geradeaus. Besser wäre gesagt, wenn der Leder ist da vorne links. Das sind natürlich solche Sachen in Weltklasse. Es ist natürlich immer schwer, solche Sachen. Ich merke mir, einen weißt du gleich hundertprozentig, weil das ist die Kröne. Ich habe ihn kennengelernt, diesen Menschen, und so sympathisch. Aber erstmal machen wir, pass auf, ich habe keine Rituale, bloß Dinge, die man immer gleich macht. Ja, das ist alles, das habe ich gehört. Ja. Und gelesen. Wo wir gerade dabei sind, der Mann kommt aus Görlitz. Ach, das ist Heiko Scholz. Na, fast. Der kommt aber aus Görlitz. Auch? Ja, sicher. Der ist Michael Ballack, kommt auch aus Görlitz. Stimmt. Weil wir hatten eben mit Micky Krause über Pornonamen gesprochen. Weißt du, wie Pornonamen entstehen? So, pass auf, wie hieß dein erstes Haustier? Mein erstes Haustier? Ja. Micky. Micky. Und wie hieß die erste Straße, auf der du gewohnt hast? Hauptstraße. Micky Haupt. Das wäre dein, das Straßenspräsident. Micky Haupt wäre dein Pornonamen. Damit machst du kein Geld. Das ist ganz ehrlich. Bei Micky Krause wäre es eben Jackie Görlitz gewesen. Wir hatten eine, die hieß Uschi Wendam. Ich kann mich immer so zum Dermassen defekt lachen. So, dem traut man dann auch nicht zu. Man muss nicht immer Salz in der Suppe suchen. Das war Philipp Lahm. Das traut man dem noch nicht zu. Das hätte ich nicht gemacht. Rhetorisch traut man ihm dann nicht zu. Die ersten 90 Minuten sind die schwersten. Das können ja sogar sein. Das können eigentlich alle sein. Da ist Bobby Rotzen. Rotzen ist auch geil. Er spielte ohne Tat und Veedel. Aber du suchst mir jetzt auch keine leichten. Ich glaube, ich habe nicht richtig vier. Alle. Jochen Hageleit hat das gesagt. Alter WDR-Mensch. Die Karten sind neu gewürfelt. Das ist auch ein geiler Spruch. Oli Kahn. Man darf nicht alles so schlecht reden, wie es war. Das war Freddy Bobic. Den musst du wissen. Jede Seite hat zwei Medaillen. Jede Seite hat zwei Medaillen. Mario Basler. Aber jetzt. Und da muss ich. Und wenn du den nicht weißt. Den kennt er glaube ich eher. Grundsätzlich werde ich versuchen zu erkennen, ob die subjektiv geäußerten Meinungen subjektiv oder objektiv sind. Wenn sie subjektiv sind, werde ich an meinen objektiven festhalten. Wenn sie objektiv sind, werde ich überlegen und vielleicht die objektiv-subjektiven geäußerten Meinungen der Spieler mit meinen objektiven einfließen lassen. Das ist auf jeden Fall ein Trainer gewesen. Ja. Super sympathischer Typ. Hat mehrere gute Sprüche gemacht. Und da hast du wirklich die Fragezeichen. Der hat während einer Pressekonferenz gesagt, du hast die Fragezeichen über den Reporterköpfen gesehen. Ich habe das die Tage sogar noch gelesen, aber ich weiß. Erich Riebeck. Erich Riebeck. Ja, ja. Der hatte Sprüche manchmal. Und der hatte ja dieses verschmitzte Lächeln dann. Ja, ja. Und da wurde Lothar Matthäus geehrt. Und da durfte ich auftreten. Und da war auch unter anderem Erich Riebeck vor Ort. Und mit ihm habe ich das. Ich habe ihm gesagt, ob ich das in meinem Programm verwenden darf. Weil ich das so liebe. Aber das muss man ablesen. Ich könnte es auswendig versuchen, aber ich würde es nicht schaffen. So, das war das. Pass auf. Und was du gewonnen hast. Weltklasse. Diese beiden Markus-Krebs-Kartenspiele jetzt auch im Kulti-Shop erhältlich. Bitte schön. Spielst du gerne Karten? Ja. Kannst du Skat spielen? Skat kann ich nicht. Leider nicht. Nee? Kannst du gleich lernen. Es gibt fast. Ja, das wird jetzt etwas dauern. Aber es gibt fast keine Skat-Spieler mehr. Ist tatsächlich so. Also, in meinem Alter gibt es noch ein paar. Aber ich habe früher auch bei Skat-Turnier mitgespielt. Und die waren alle wirklich 10, 20 Jahre älter. Ja. Ja. Und ich habe da auch manchmal, ich habe einmal einen Truthahn gewonnen. Und der war nicht zu Thanksgiving, weil wir das damals hier gar nicht gefahren haben. Aber ich hatte so einen tiefgefrorenen. Der war aber abends auch nicht mehr tiefgefroren, weil man den mir gegeben hat. Der war erst mal scheiße kalt. Und hinterher wurde der dann entsorgt. Aber ist halt so. So, wie geht es jetzt weiter? Bei uns beim MSV weiß wirklich auch keiner, es wird wieder trainiert in Zweiergruppen oder zu Hause, Heimarbeit. Ja, ja. Und dann immer wieder, jetzt haben sich die Drittliga-Vereine bereit erklärt, weiterzuspielen. Bei den Regionalligisten, alle bis auf Rot-Weiß-Essen, glaube ich. Die waren, nee, die wollten weiterspielen, alle anderen wollten aufhören. Aufhören, sowas. Ja. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ich halte auch nichts von Geisterspielen. Aber wenn es so nicht weitergeht, dann geht, vielleicht geht die ganze Scheiße bis September, bis Oktober, wer weiß es. Schwer zu sagen. Was kann man in der Zwischenzeit machen? Kann man, ja, Dartsport, die nehmen da zu Hause auf. Da ist eine Person, die spielen gegeneinander, kannst du machen. Wie willst du das im Fußball machen? Ja, du hast keine Chance. Also dieses E-Sports, das hat man ja auch versucht. Aber ich glaube, dass das nicht, wenn jetzt da ein Spieler von Borussia Dortmund gegen einen Spieler von Schalke 04 spielt. Bringt uns nicht weiter. Das bringt uns alle nicht weiter. Die Geisterspiele bringen uns im Grunde genommen, von der Stimmung her und so weiter, bringen uns ja auch nicht ganz viel weiter. Man könnte natürlich die Saison zu Ende spielen, wenn es dann nächste Saison ganz normal weitergeht. Hätte man die Chance, wenn aber irgendeine Liga schon mal nicht mitmacht, ist ja schon mal ein Fehler im System. Ja, auf Abstieg und so weiter und so fort. Du musst darauf reagieren, genau. Vielleicht vergrößern wie damals, wo die ostdeutschen Mannschaften dazukamen, dass das eben eine 20er-Liga wird oder so weiter. Ja, dass man über den Weg geht. Aber ansonsten, ich habe mir das auch schon überlegt, ob man dann so 1-gegen-1-Spiele machen würde dann zwischen den Vereinen. Aber das hat halt alles nichts mit unserem Fußball zu tun. Das ist hundertprozentig nicht. Und wie gesagt, die Geisterspiele, ich habe letztes Mal das Spiel eben gesehen gegen Gladbach gegen Köln. Und du hast gedacht, das ist ein Trainingsspiel, was im Sommer in Portugal halt stattfindet, wo beide im Trainingslager waren. Ja, ist so. Du hörst jeden Zuruf, der hat zwei, das geht nicht und so weiter, hintenrum und so. Also es macht keinen Spaß. Es war im Moment wirklich unschön, aber man sieht auch die Fans, was die für einen Anteil an dem Fußball, den wir alle lieben, dann auch wirklich haben. Also dieses Ganze, ich sage mal, immer mehr Geld, immer mehr Kommerz, immer mehr Veranstaltungen. Und das Fußballspiel ging ja eigentlich immer weiter nach hinten. Und man sieht aber ohne Fans und auch mit Lautsprecher-Einblendung dann von Fans und so weiter. Geht es halt nicht. Das geht nicht. Ja, manchmal muss man das auf diese Art und Weise kennenlernen. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass alles im Moment ein bisschen zusammenrückt. Hoffentlich bleibt es auch so dabei. Aber egal in welcher Branche, auch bei Komeins und so weiter, die geben Tipps, guck mal da, das kann man machen jetzt. Aber beim Fußball sehe ich das noch viel, viel komplizierter. Ist da auch Kurzarbeit angemeldet, ist genau dasselbe, ne? Ne, Kurzarbeit geht nicht, weil, also jetzt im Verein ja, die, ich sage mal, die Mitarbeiter, die jetzt eben keine kurzen Hosen anhaben im Normalfall. Aber die anderen haben Verträge, ne? Und die anderen haben Verträge, ja. Und was ich gehört habe, ist, wenn du einen Spieler in Kurzarbeit schickst, ist der ablösefrei in dem Land. Und dann könnte der zum anderen Verein gehen, obwohl er eigentlich noch einen laufenden Vertrag hat. Und es gibt auch Spieler, wo der Vertrag jetzt im Juni ausläuft. Ja, das sind alles ganz spezielle Fälle. Wir haben ja auch ausgeliehene Spieler, die dann jetzt gerade bei uns waren und dann Fuß gefasst haben. Und dann jetzt am Ende der Saison, wann das auch immer sein mag, dann, ohne dass sie was zeigen konnten, dann vielleicht wieder gehen müssen. Also es gibt schon ganz viele Härtefälle dabei. Ja, ihr habt eine schwere Saison zurzeit, ihr spielt gegen Abstieg. Ich sehe Mannschaften unter euch auf jeden Fall von der Stärke her, aber man weiß, ich habe auch gedacht, MSV könnte nicht absteigen in der dritten Liga. Aber das stimmt vielleicht in der Mannschaft nicht oder irgendwie sowas. Genauso hat Darmstadt mal den Durchmarsch in der Bundesliga gemacht, weil es in der Mannschaft halt gestimmt hat. Weil nicht einer der Star war, sondern die Mannschaft eben zusammengehalten hat. Wir stehen schon kurz vorm Abstiegsplatz jetzt. Und jetzt musst du im Grunde genommen schon auch genau aufpassen, weil du weißt ja nicht, welche Mannschaft, wenn die Spiele kommen, als Geisterspiele, hat noch keinen Spieler außer die beiden, was wir eben gesagt haben, Köln und Gladbach, kennt das ja gar keiner. Und wenn du da jetzt, weiß nicht, zwei-, dreimal direkt jetzt verlierst, bist du ganz unten drin. Also es kann tatsächlich alles passieren. Und der Unterschied zweite Liga zur dritten Liga kannst du, wie gesagt, bei einigen Vereinen, Kaiserslautern oder auch MSV nachfragen, der ist so riesengroß, dass du dann wirklich Schwierigkeiten hast, eine Mannschaft zu halten, wo du im nächsten Jahr wieder mit aufsteigen könntest. Ja, 100 Prozent. Wir sind ja schon total geflasht, überhaupt so eine Saison zu spielen. Die sind zwei Spiele oder drei Spieler geblieben. Der Rest wurde ausgetauscht, auch mit Spielern aus Felbert und so weiter. Also unterklassige Mannschaften, dafür spielen sie eine gute Saison. Vielleicht kommt auch bei uns auch langsam die Luft ausgehen, vielleicht kam auch die Pause. Mal abgesehen jetzt davon, dass es eine Scheißpause ist, aber die Pause zur richtigen Zeit. Und wenn man jetzt abbrechen würde, natürlich am grünen Tisch aufsteigt, ist nicht schön. Als MSV-Fan siehst du das so, als der vierte, fünfte, siehst du das anders. Also richtig fair wird man das nicht machen können. Das denke ich auch. Aber du hast ja nichts gemacht. Das ist ja kein Verein schuld oder irgendwas. Das ist eine andere Situation. Das ist eben so, wie es ist. Es gibt die unterschiedlichsten Ligen. Ich habe jetzt mitbekommen, die Handball-Liga in Deutschland, die Damen-Handball-Liga hat beendet und keinen Meister gekürt. Die Herren-Erste-Liga hat aufgehört und den Meister, also den jetzigen Tabellenführer, als Meister gekürt. Und es gibt immer Schicksale. Fair ist anders. Fair ist anders, ja. Aber die Olympiade wird auch wieder nach hinten verschoben, habe ich gehört. Also man muss die Zeit jetzt irgendwie einfach nur schaffen. Ja, absolut. Man muss durchkommen und dann sehen, wer da gestärkt draus vorgeht. Ich meine, weil das keiner kannte bisher, hat ja jeder eigentlich die gleichen Chancen. Deswegen, wir bereiten, also beim VfL, wir bereiten uns darauf vor jetzt. Und ich habe da auch Vertrauen in die Mannschaft, weil wir sind deutlich besser, wie du sagst, als wir da stehen. Aber am Ende... Ihr habt jetzt einen Weggang, der Österreicher, sag ich mal, der fehlt, ne? Ja, ja, klar. Wir haben ja nicht nur den, wir haben ja im Sturm mehrere Spieler verloren, die 70 Prozent unserer Tore gemacht haben im letzten Jahr. Ja. Ja, aber das ist so eine Geschichte, das hast du als Ausbildungsverein, hast du immer, hast du in jedem Jahr. Und außer Bayern München sind in Deutschland alle Ausbildungsvereine. Wenn Borussia Dortmund, der Haarland, der ist kaum da und der wird den weggerissen, ohne dass sie ihn erhalten können. Trotzdem werden sie da keinen Verlust durchmachen. Ja. Wenn der Jung fit bleibt und so weiterspielen kann. Ja, klar. Das ist schon richtig. Das sind andere Dimensionen jetzt. Bei uns ist es dann häufig so, dass dann der Spieler geht, weil er auch keinen Vertrag mehr hat oder keinen Vertrag unterschreiben wollte und dann ist er ablösefrei, dann hast du noch nichtmals was davon. Aber gut, so ist das. Und deswegen ist es auch schön, wenn man dann eine gute Jugendabteilung hat. Ja. Und das haben wir auch sehr professionell geführt und alles, dass man dann da wieder neue hochziehen kann, um dann die dann irgendwann wieder zu verschärbeln. Um nur das abzuschließen, was glaubst du, wann es weitergeht? Der 16.5. mit Geisterspielen? Das ist im Moment so, die setzen dich ja jeden Tag wieder zusammen. Ist ja wie die Regierung Masken jetzt nur noch übers Auge. Ja. Es gibt auch einen Satz von dem Bundesarbeitsministerium, es soll auch mit Masken gespielt werden. Ja. Es ist ja Fakt, wenn du, sag ich mal, jetzt spielt Bochum dann gegen Hannover und dann ist irgendeiner da, der Corona hat und dann, das ist schon wieder Wettbewerbsverzerrung, wenn die ganze Mannschaft flach liegt und das Risiko ist auch sehr groß. Wo will man die Grenze ziehen? Ja, das ist das Problem. Also wenn einer krank ist, dann müsstest du die Mannschaft aus dem Verkehr ziehen, dann wird es aber holprig, weil du dann am Ende vielleicht nur noch acht Mannschaften hast, die in der Liga spielen. Ja. Also müsstest du normalerweise was tun, was eigentlich in der Öffentlichkeit gar nicht, sag ich mal, erlaubt ist. Du müsstest dann sagen, ja komm, dann hat der, dann ziehen wir den jetzt aus dem Verkehr und aber die anderen dürfen weiterspielen. Ja. Ja, das sind so die Fragen, die geklärt werden müssen. Also ich glaube, dass es eher Ende Mai wird als Mitte Mai. Ja. Wenn überhaupt. Es kommen jetzt auch aus der Politik Stimmen, die dann deutlich dagegen sind. Natürlich ist die Lobby vom Fußball, wir reden auch über, ich glaube, 52.000 Arbeitsplätze in Deutschland, wir reden von 4 Milliarden, die versteuert werden und so weiter, wir reden davon, dass Kaiserslautern kein Mensch kennen würde. Ja. Und wenn es den Fußball nicht gibt, ja, ist richtig. Da gibt es viele, viele Orte. Oder Hoffenheim oder Hermes oder so was. Und von daher ist, hat der Fußball doch einen anderen Stellenwert und der ist auch nicht zu vergleichen, sagt jeder Fußballer, aber ich denke das wirklich, der ist nicht zu vergleichen mit ihr in einer anderen Sportart. Ich bin gespannt, wie es sich am Ende, also es gibt wirklich gute Argumente in beide Richtungen und wie es am Ende ausgeht. Ich hoffe nur, weil der Fußball eben auch, ich glaube, auch ein guter Ausgleich ist. Wenn du überlegst, du sitzt jetzt zu Hause, weiß ich nicht, kleine Wohnung, zwei Kinder. Es ist ja, ich kann ja jetzt hier sagen, guck mal, ich habe einen Garten, ich kann ein bisschen Daten, so, und wenn ich mal an meine Duisburger Wohnung denke, so, da habe ich 56 Quadratmeter, Blick auf eine Verkehrsinsel, weißt du, ne? Ja, dann ist das, da hältst du die vier, fünf Wochen im Moment und dann werden daraus vier, fünf Monate. Dann kriegst du aber auch langsam einen am Helm und denkst, ach, weißt du, warte, komm, ich laufe mir mit dem Kopf eben vor der Wand, das macht auch wieder Spaß. Da könnte der Fußball eben eine gewisse Entlastung bringen, mehr als es, wo ich Daten auch sehr gerne sehe und mag. Man muss die Gesamtzuschauerzahl sehen, die tatsächlich noch beim Fußball höher liegt. Das wird ein Jahr bestimmt auch dauern, bis der Dartsport dann abgelöst wird. Ja, aber das Wichtigste ist, egal was passiert, hört nicht auf den Tramp. Also, Desinfektionsmittel im Blut ist nicht gut, glauben wir dann einfach. Ja, aber er ist schon ein lustiger Typ. Ich glaube auch, dass er nach seiner Karriere in der Comedy auftreten wird. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Hast du noch ein paar Worte an die Bochumer Fans, dass sie durchhalten sollten, irgendeine Parole? Ja. Ja. Im Endeffekt für alle Fußballfans ist es ja. Wir wissen ja, dass wir von den Fans her, dass wir sehr gut bestückt sind, dass die Bochumer Fans wahrscheinlich ähnlich wie die Duisburger Fans sind. Ich vergleiche Duisburg und Bochum von der Fankultur sehr, mal abgesehen von den Farben. Wir haben ungefähr in der zweiten Liga denselben Zuschauerschnitt. Wir haben ungefähr dieselbe Größe am Stadion da. Wir haben Fans, die noch die erste Liga kennengelernt haben und so weiter. Beide nannte man mal die unabsteigbaren, nicht nur Bochum, auch Duisburg, wo der Dietz noch da gespielt hat. Das hat man vielleicht das Wort unabsteigbar nicht genommen, aber man hat früher gesagt, mit Dietz können wir nicht absteigen. Was auch geklappt hat, dass wir dann doch mal abgestiegen sind. Also man kann da, egal was man für Wörter dann irgendwann mal benutzt, läuft auch manchmal in die andere Richtung. Ja, deswegen ist es so und manchmal ist es auch Belastung, dass du noch an den Erstliga denkst. Aber unsere Fans, die wissen schon, was die für einen Wert haben für uns und wenn es wieder losgeht, man kann ja nur an alle Fans appellieren, wenn wir die Freigabe kriegen vom Fußball, dann nicht zum Spiel oder auch sonstige, zum sonstigen Momenten sich mit vielen... Auch nicht draußen vor dem Stadion treffen, das bringt gar nichts. Wir können es als Verantwortliche des Vereins, was machst du jetzt, eine Bannmeile, dann treffen sie sich davor, dann machst du zwei Bannmeilen oder zehn... Dann treffen sie sich in der Holzwickele. Das kennt keiner. Nein, aber das müsste berücksichtigt werden. Und dann, wir haben auch in Bochum jetzt, ganz am Anfang, abends haben wir dann auf dem Balkon, wurde das Bochum-Lied gespielt von Herbert Grönemeyer. Also wir haben schon Ideen, unsere Fans auch und dann soll man lieber sowas entwickeln, als dann wirklich zum Stadion zu gehen. Da hilft man keinem mit, aber unsere sind vernünftig. Wir haben vor zwei Wochen hier auf der Straße tatsächlich mit allen Nachbarn das Steigerlied gesungen. Alle vor ihren Häuser. Ja, das ist, man weiß ja ganz genau, man hält aber auch zusammen. Die gehen auch füreinander einkaufen, auch selbst bei mir, bei meinen Eltern in Duisburg und sowas. Man hilft sich gegenseitig. Also aus manchen Sachen kann man auch lernen. Fakt ist nur, es darf nicht zu lange dauern, bevor sie alle wieder einen am Helm kriegen. Das ist so. Das war es von uns hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank an Martin Krepp für dieses ausführliche und sehr informative Gespräch, weil wir nichts rausfinden konnten, wie weit es noch geht. Aber wir hatten jede Menge Spaß und er weiß, von wem die Zitate sind. Ja, jetzt weiß ich es. Ja, ne? Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Prost. 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 Untertitelung des ZDF, 2020